Ich freue mich sehr, vorstellen zu können, drei Männer, die uns hoffentlich viel zu sagen haben über die Piraten hier in Berlin und das Phänomen Piraten, wer sind die Piraten, was sind die Piraten, wo führt das alles hin? Außen rechts ein neues Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Martin Delius. Wie ich seinem Wikipedia-Eintrag entnehme, Beauftragter für Organisationen? Ja, für externe Organisationen, also auch die Stiftung zum Beispiel, wenn es um die Piratenpartei geht. Rechts neben mir sitzt Horst Kahrs, der Leiter der Abteilung Strategie und Grundsatzfragen beim Parteivorstand Die Linke und links neben mir Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler, Lehrbeauftragter am Otto-Suh-Institut der Freien Universität Berlin und Parteienforscher, der sich insbesondere mit der SPD und der früheren PDS und jetzt Die Linke befasst hat. Ich bin Anne Roth, Bloggerin und moderiere gerne solche Veranstaltungen, weil es mir die Möglichkeit gibt, alle meine Fragen hoffentlich beantwortet zu bekommen. Wer sind die Piraten? Was sind die Piraten, war die Frage, das fand ich auch ganz lustig. Ich würde vorschlagen, wir fangen vielleicht nochmal kurz für alle die, die sich noch nicht so intensiv damit befasst haben, was finde ich gar nicht so einfach ist, weil ich den Eindruck habe, dass in den letzten Tagen pro Abend ungefähr zwei Talkshows mit mindestens einem neuen Mitglied des Abgeordnetenhauses im Fernsehen zu sehen waren, plus Radio und so weiter, aber dennoch würde ich gerne damit anfangen, nochmal kurz vielleicht eine Chronologie, eine kurze, ein Abriss, wo kommt ihr her, wie kam das zustande, dass es diese neue Partei jetzt gibt? Ja, der kurze Abriss fängt Beginn 2006, als die Piratenpartei sich in Deutschland gegründet hat, kurz nach der Gründung der schwedischen Piratpartiette, die sich aus dem Anti-Piracy-Büro der schwedischen Aktivisten gegründet hat, daher auch der Name, es ging um das Gegengewicht oder die Verhonopiepelung des Begriffes Piraten, Piraterie im Sinne von Verstößen gegen das Recht der Content-Industrie, Dinge im Netz exklusiv zu publizieren. Ja, dann ist eine ganze Weile lang nichts passiert, beziehungsweise sehr wenig, die Piratenpartei war sehr klein, in Berlin glaube ich so ungefähr 30 Mitglieder, der Berliner Landesverband hat sich glaube ich 2007 gegründet, dann kam die Europawahl, Europawahl 2009, das ist vielleicht noch ein Begriff, da war ja die 1,4 Prozent und die beiden Abgeordneten der schwedischen Piratpartiette im Europaparlament, es gab eine mediale Aufmerksamkeit und kurz danach die Bundestagswahl 2009, die davon geprägt war, dass es eigentlich keinen Wahlkampf gab und dass Frau Merkel sich im Schatten gehalten hat, daraufhin haben sich die Medien vor allen Dingen auf diese neue wilde Partei gestürzt, die hat auch schöne Bilder geliefert und hat uns das erste Mal die Möglichkeit gegeben, die Inhalte, die wir damals schon hatten, das war so der typische Kernbereich Piratenpartei, die informationelle Selbstbestimmung, Datenschutz, Freiheit des Internets, also Deregulierung aller möglichen Versuche von Überwachung und Data Retention in die Öffentlichkeit zu bringen. Dann gab es da diesen großen Hype und die Piratenpartei ist von bundesweit 1.000 Mitgliedern auf 12.000 oder 13.000 angestiegen innerhalb von zwei Monaten. Das heißt, die Partei hat sich eigentlich 2009 neu gegründet. Dann ist wieder eine ganze Weile lang nichts passiert, zumindest in der medialen Öffentlichkeit. Ja, okay, sorry, ich versuche nicht allzu sehr übersteuern zu wirken, Dankeschön. Ja, dann hat sich eine ganze Weile lang nichts getan, also zumindest in der medialen Öffentlichkeit. Wir haben von 2009 über 2010 bis jetzt Anfang dieses Jahres sehr viel Zeit darin investiert, unser Programm zu erweitern auf Themen wie Sozialpolitik und an quasi die Kernthemen, angeschlossene Themenbereiche haben uns damit beschäftigt, wie man Demokratie, in einer parteilichen Demokratie neu strukturieren kann, mithilfe des Prinzips Liquid Democracy, da können wir auch dann noch gerne drüber reden, haben ein meiner Meinung nach revolutionäres neues System getestet und erprobt, haben damit unsere Schwierigkeiten gehabt, das hieß Liquid Feedback. Und dann kam das Superwahljahr 2011. Wir haben es geschafft, in jedem Land, in dem eine Wahl war, anzutreten. Das hat ja mal damit zu tun, dass wir Unterschriften sammeln mussten inzwischen und haben unser Bundestagswahlergebnis in den Großteilen der Bundesländer bestätigt, also so ungefähr die zwei Prozent, die wir in der Bundestagswahl hatten. Ja, und dann kam die Berlin-Wahl. Das ist, glaube ich, den Leuten noch gut in Erinnerung, was hier so los war und dass plötzlich überall Piratenplakate aufgetaucht sind, obwohl wir wahrscheinlich nur ein Viertel oder ein Fünftel der Anzahl der etablierten Parteien, wie man so schön sagt, gehängt haben. Wir hatten sehr viel mediale Aufmerksamkeit wieder und die Leute haben angefangen, unser Programm zu lesen. Das ist so mein Eindruck, das Berliner Wahlprogramm. Und dann war eine Wahl. Das ist jetzt die ganz kurze Version. Ich hoffe, das reicht ansonsten. Ja, vielen Dank. Mein Eindruck ist, dass, obwohl es dieses Programm gibt, die meisten Leute nicht wissen, was da drin steht. Vielfach wird kolportiert, naja, die beschäftigen sich mit Netzpolitik, aber ansonsten haben die eigentlich kein Programm. Eine Nachbarin von mir behauptet steif und fest, das ist eine Hausbesetzerpartei, obwohl ich hier mehrfach widersprochen habe. Ja, ich war auch nicht, also habe mich sehr gewundert, hatte aber auch kein Programm dabei. Die Frage, was steht in dem Programm, ist natürlich jetzt nicht richtig, aber könntest du doch noch mal kurz vielleicht noch ein paar Eckpunkte neben der Netzpolitik umreißen? Ja, also fangen wir mal an mit der Hausbesetzerpartei. Über Stadtentwicklung haben wir einen größeren Absatz im Programm verfasst, der sich hauptsächlich um die Verstetigung, beziehungsweise den Ausbau vom staatlichen Mieteigentum dreht, Vorverkaufsrecht für Mietergemeinschaften und genossenschaftlichen Wohnprojekten. Das ist eventuell dann der Grund für die Hausbesetzerpartei, auch die Abschaffung der Berliner Linie steht da drin. Wir haben im Oktober, jedenfalls hatten wir einen Bundesparteitag in Chemnitz, in dem wir ein Grundsatzprogramm beschlossen haben, das sich auch auf die Sozialpolitik erweitert, das haben wir in Berlin vertieft. Dort haben wir das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe als Parteiziel in die Statuten geschrieben. Das kann dazu führen, dass man irgendwann mal ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, muss es aber nicht. Die Grundlage ist das Menschenbild, was dahinter steckt. Wir haben dementsprechend im Bereich Sozialpolitik in Berlin uns mit dem gesetzlichen Mindestlohn beschäftigt, haben dort ein Modell skizziert, das eine Zumutbarkeitsgrenze definiert für den gesetzlichen Mindestlohn, wobei wir da keine Höhe festgelegt haben, sondern fordern, dass es da eine Berechnung und einen Ausschuss gibt. Das heißt, es geht in Richtung mehr Freiheit für Transferleistungsempfänger, es geht da in die Richtung, dass Arbeitszwang abgeschafft wird im Bereich Hartz IV. Dann Verkehr, das ist wahrscheinlich der bekannteste Programmpunkt, den wir aufgenommen haben, und zwar der gemeinschaftlich finanzierte ÖPNV, den man vergleichen kann mit dem, was heutzutage so ein Studententicket oder ein Ausbildungsticket ist, nur dass wir das für alle Bürger von Berlin fordern. Das habe ich jetzt noch vergessen. Ach ja, Bildungspolitik natürlich. Wir möchten kein Schulmodell vorschreiben. Wir präferieren die Einheitsschule, werden das aber nicht, werden das aber nicht den Schulen aufoktuieren wollen. Wir möchten autonome, demokratisch verfasste Schulen haben und eine 100-Prozent-Förderung für freie Schulen, damit neue Schulmodelle, die bisher teilweise privat finanziert werden müssen, auch allen Bürgern zur Verfügung stehen können, ohne ungeachtes eigenen Vermögens. Ich habe jetzt bestimmt was vergessen, aber das ist außerhalb der Netzpolitik ganz gut. Ich erinnere mich, was immer wieder gerne gebracht wird, ist der öffentliche Nahverkehr. Ja, also den gemeinschaftlich finanzierten, das meinte ich. Also das ist das Modell, dass wir Ticketverkauf, Kontrolle, die Sanktionen gegen Schwarzfahrer abschaffen möchten und die Möglichkeit finden möchten, das Ganze gemeinschaftlich finanzierbar zu machen, noch sozial verträglicher zu machen. Das heißt, eine Aussetzung der entsprechenden Abgabe, die man dann definieren möchte für Sozialleistungsempfänger zum Beispiel. Und im ersten Schritt die Transparenz von Verträgen der öffentlichen Hand ist uns extrem wichtig. Das heißt, der erste Schritt auch für die S-Bahn und die BVG muss sein, dass die Verträge komplett öffentlich gelegt werden, damit man überhaupt erstmal Berechnungen anstellen kann und in die Richtung geht es auch. Ich glaube, wir werden das sicher nachher noch, oder hoffe ich jedenfalls, ein bisschen aufgreifen, die verschiedenen Themen, aber ich würde doch gerne jetzt erstmal noch bei den Rahmenbedingungen bleiben. Dazu gehört auch, dass allgemein beschrieben wird, dass die Piraten eben nicht wegen ihres Programms gewählt werden. Sondern aus anderen Gründen. Wer wählt die Piraten? Das kann vielleicht der Politikwissenschaftler am besten beantworten. Gib mir das Mikro, ich nehme dies, danke. Ja, wer wählt sie? Das ist in der Tat in Berlin ganz interessant, angesichts dieser These, dass es nur ganz bestimmte Gruppen sind. Ich langweile kurz mit ein paar Zahlen, damit das deutlich wird. Aber ich denke, es wird auch deutlich, dass das doch ein besonderes Segment in der Berliner Gesellschaft ist. Also es sind im Wesentlichen, wenn ich Tabellen mal so einfach inhaltlich vorlese, es sind Leute mit höherem Bildungsstand, soll heißen, Leute mit Abitur, mit hohem Fachschulreife oder mit Uni- und Hochschulabschluss, dass dann 10% der Wähler in dieser Gruppe haben die Piraten gewählt. Und das ist mit 10% nennen wir das ja in der Regel überdurchschnittlich bei den 8,9% Ergebnissen. Bei den Selbstständigen war es 14% der Selbstständigen, die Piraten gewählt haben. Das macht vielleicht auch erklärbar, dass eine von den Forderungen im Programm die Beendigung der Zwangsmitgliedschaft der IHK ist. Weil das in der Tat für manche, die keine Einkünfte haben, dann auch Gebühren zahlen müssen, schon ein echtes Problem. Aber erstaunlicherweise 11% aus der Gruppe der Arbeiter, 10% aus der Gruppe der Angestellten, das ist die gleiche Höhe wie bei den Linken. Die Linke hat mehr Arbeiter, das sind 15% gewesen. Beamte, sehr kümmerliches Ergebnis mit 6%, da seid ihr wahrscheinlich zu erschreckend für die. Aber auch bei den Linken sind überhaupt nicht mehr attraktiv für Beamte mit 4%. 3% Rentner, das ist, wenn man die Berliner Gesellschaft in den Altersdurchschnitt betrachtet, doch ein eindeutiges Signal dazu, zu sagen, wo der Zugang zum Netz noch verbessert werden muss, in welchen Gruppen. Arbeitslose 13%, ein ziemlich hoher Anteil. Bei den Linken war es 16%, aber das ist einmal sozusagen von den Berufsgruppen her gesehen. Bei den Generationen liegt der Schwerpunkt der Piraten vor allen Dingen in den Altersgruppen bis 34 Jahren. Da sind sie mit der CDU zusammen drittstärkste Kraft, die stärkste sind die Sozialdemokraten und bei den 25 bis 34 Jahren sind die Piraten noch stärker als die Union. Die Union hat in dieser Gruppe auch einiges gewonnen, aber das ist immer die Erklärung für das Attribut, das sind junge Männer, es sind 20% der jugendlichen Männer, die Piraten gewählt haben. Es gibt nur noch eine Partei, die mehr geerntet hat, das ist die Sozialdemokratie mit 24%, aber die hat 12% verloren in dieser Gruppierung. Und es sind, und zu sagen, ja, wegen der Themen, also nicht der Hausbesetzung, sondern einmal sind für die Piraten die Themen wichtig gewesen. In der Regel wählen Leute nach, entweder orientieren sie an Personen, an Themen und damit verbundene Erwartungen, bestimmte Themen auch, bestimmte Probleme auch gelöst zu bekommen und an der Parteineigung. Also stehen sie einer Partei nahe oder wählen sie die Partei, egal ob die nun Wesenstil, ein Kardinal oder, naja, noch jemand anders aufstellt. Bei den Piraten sind es über 80%, die gesagt haben, es sind die Themen. Und unter den Themen waren es vor allen Dingen Sozial- und Schulpolitik. Das ist für die Wähler bei den Piraten wichtigster Grund gewesen. Sowas kommt raus, wenn Wähler und Wählerinnen nachdem sie gewählt haben, rausgehen und von den Institutsmitarbeiterinnen befragt werden und die dann sagen können, ja, das war für mich Grund zu wählen. Aber was entscheidend ist, und das spricht auch sozusagen für, also was auch nicht unwichtig ist, die Piraten sind die, die Piratenwähler sind die Gruppe, die von denen die meisten oder ein großer Anteil, nämlich 19% sich erst am Wahltag für die Piraten entschieden haben. Über 30% schon in den letzten Tagen, aber das ist erheblich und insofern denke ich, ist die Mobilisierung doch noch ganz gut gelaufen. Also das erstmal so Statistisches zu den Wählern und etwas zum Thema. Verblüfft mich jetzt tatsächlich, muss ich sagen, lässt sich sagen, ob das sozusagen Protestwahl wegen der Berliner Bildungssituation war oder ob die tatsächlich wussten, was die Piraten da vorschlagen und da dahinterstehen inhaltlich? Nach meiner Beobachtung des Wahlkampfs ist nicht repräsentativ, habe ich gesehen, dass eine Reihe von Jugendlichen, durchaus auch noch Schüler, die kleinen Programme genommen haben. Und wenn man da reingeguckt hat, dann hat man eben lesen können, Bildung auf der Grundlage von individueller Planung der Schullaufbahn. Ich glaube, das überfordert einige noch, aber man kann das ja erklären, dafür gibt es ja Zeit. Aber wenn da drin schon steht, 15 Lernende, eine Lehrkraft, dann ist das angesichts mancher Probleme in der Schule doch auch nicht unattraktiv. Aber vielleicht hat der eine oder die andere auch gesagt, der Rauschunterricht ist das Attraktive, will man ja auch nicht ausschließen. Ja, weil wenn man sich anguckt, in welchen Bezirken die Piraten hohe Anteile haben und wo sie geringe Anteile haben, die geringen Anteile sind in diesem saturierten Charlottenburg, Wilmersdorf, Steglitz, Zehlendorf und noch ein anderer Westbezirk, Spandau. Da sind die Ergebnisse unter 7%. Aber in den etwas quirleren Bezirken, da gehen die bis zu 14, 15% drauf. Das heißt, wenn man da reinguckt, wie dort gelebt wird und wie auch die Schulprobleme sind und die Bildungsprobleme sind, was hört man denn gelegentlich aus Steglitz, Zehlendorf über Bildungsfragen da. Da beschweren sie sich, wenn ein Ausländeranteil von 5% erreicht wird. Und das ist da ein Thema auf einmal auf der Lokalseite. Also ich denke schon, dass das für die, die sich interessiert haben und die reingegangen sind ins Netz oder die die Sachen gelesen haben, schon gesagt haben, ist für mich wichtig. Erklärt vielleicht auch einen hohen Anteil der jüngeren Wähler. Vielleicht. Wie viele Frauen haben die Piraten gewählt? Da muss er als Repräsentant weniger besser wissen. Also da habe ich jetzt eigentlich auf die Antwort des Politikwissenschaftlers gehofft. Ich weiß es nicht. Wird das überhaupt erfasst? Gibt es da? Ja doch, das ist erfasst worden. Ich wüsste es, wenn ich nicht die Zeile überlesen hätte. Ich denke, es sind auf jeden Fall weniger als Männer gewesen. Es ist ja traditionell mit dieser Internet-affine und der Medienberichterstattung ist ja auch in die Richtung, dass Attraktivität für junge männliche Bevölkerung sehr groß ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht feststellen. Also man kann es feststellen. Ich glaube, der Horst hat die Zahlen. Ah, sehr schön. Ja, aber ich stimme da Claudia Roth von den Grünen nicht zu, wenn sie sagt, man sieht da gar keine Frauen unter den Abgeordneten. Ja, da sieht man wenig, eine, aber unter den Wählerinnen gibt es doch schon einige. Und insofern ist allerdings der Hinweis darauf, jung, männlich, schon ein Indiz dafür, dass sie eben nicht weiblich sind. Und es gibt auch eine Kritik, die sagt, er schließt sich zu wenig auch über die Themen. Also Feminismus taucht im Programm nicht auf. Aber das ist ja auch kein Problem. Ja, Feminismus taucht halt nicht auf. Wir haben eine sehr allgemeine Definition von Geschlechterrollen und Familienmodellen. Ich kann es auch nicht im Einzelnen leider zitieren, weil ich es nicht im Kopf habe. Es gilt auch für andere Punkte. Das ist freie Selbstbestimmung der geschlechtlichen Orientierung. Genau. Merkmalgeschlecht beim Behördenabschaffen, das wäre sozusagen... Genau, und dann geht es noch ins Grundsatzprogramm, wo die Gleichbehandlung aller gesellschaftlichen Lebensmodelle gefordert wird, ihnen nicht nach einem französischen Vorbild, wie man das vielleicht kennt. Also in die Richtung geht es. Ihr greift mir ein bisschen voraus. Ich war ja vorläufig erst mal nur bei den Wählerinnen und ich glaube, die Frauen wählen ja jetzt auch nicht nur entlang der Frage, wie feministisch ist eine Partei oder welche Frauenpolitik hat sie vorzumachen. Deswegen, ich war jetzt tatsächlich erst mal noch neugierig bezogen auf die Wählerinnen und was dann die Abgeordneten und Mitglieder angeht, da kommen wir dann noch dazu. Ja, wir haben die Zahlen gerade hier, also wenn es bei Männchen, das ist ein Prozent, ne? Okay, also beim Wähler männlichen Geschlecht sind es halt zehn Prozent und Frauen sechs Prozent. Also das Verhältnis ist schon recht, also ich hätte es jetzt krasser erwarten können eigentlich. Zehn und sechs, also... Widerspruch aus dem Publikum. Das steht hier auf dieser Liste. Ich kann auch nur sagen, was... Das ist auf jeden Fall was, was noch zu klären wäre, aber vielleicht auch nicht die relevante Frage, aber bitte. Ich kann dir die Zahlen ja erklären. Wir reden hier ständig über Zahlen. Das sind, also auch die von Gero Neugebauer, das sind Umfragezahlen, die immer gerundet sind, die darauf basieren, dass einem die Leute die Wahrheit sagen, wenn sie aus dem Wahllokal kommen und sich keinen Spaß daraus machen, den Interviewern irgendwas anderes zu erzählen und du kannst jetzt nicht zehn und sechs Prozent sozusagen zusammen addieren und dann kommen da neun raus, sondern es gibt unterschiedliche Wahlbeteiligungen und ähnliche Geschichten. Also es besagt nur die Tendenz, es waren ungefähr zehn, ein Verhältnis von zehn zu sechs oder fünf zu drei, mehr nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen bei den Zahlen bleiben. Stichwort Wählerwanderung ist ja für die Parteien, sicher für die Linke auch ziemlich interessant. Von wo kamen denn die Wähler der Piraten beziehungsweise ja, so kurze, wieder, das ist ja auch gut zu differenzieren, Übersicht, wer hat sich wohin bewegt? Also was die Wählerwanderung betrifft, kann man grob sagen, ungefähr die Hälfte der Wähler kamen auch immer nach diesen Befragungen mit einem gewissen Ungenauigkeitsfaktor waren die Hälfte der Wählerinnen Nichtwähler, also vorherige Nichtwähler oder sie kamen von kleineren Parteien, die vorher nicht im Abgeordnetenhaus vertreten waren oder es handelte sich um Zugezogene. Also einfach 50 Prozent der Piratenwähler waren Wähler, die vorher nicht gewählt oder keine Partei gewählt hatten, die im Abgeordnetenhaus war und 50 Prozent, ungefähr die andere Hälfte, kamen von Parteien, die vorher im Abgeordnetenhaus waren und von diesen 50 Prozent kamen die meisten von den Grünen, insgesamt ungefähr ein Sechstel, das sind bei diesen, also berechnet auch die 50 Prozent, wären es ungefähr also 16 Prozent der Gesamtwählerschaft, der Gesamtwählerschaft der Piraten kam von den Grünen, 10 Prozent kamen von ungefähr von der Linken und auch von der SPD und die anderen bis 50 Fehlenden kamen von CDU und FDP. Das sind wahrscheinlich Zahlen, die sind ein bisschen Berlin-typisch, weil heute gab es eine Umfrage, die bundesweit gemacht worden ist von Forsa, wo jetzt auch die Piraten befragt werden und insbesondere die Wähler der Piraten befragt werden. Da war zum Beispiel auffällig, dass bundesweit ein ziemlich hoher Anteil von CDU- und FDP-Wählern, also deutlich mehr als in Berlin, gesagt haben, sie würden auch die Piraten wählen. Das heißt, die Piraten sind offenbar auch eine Partei, die von allen Parteien Stimmen erhalten kann und Wähler gewinnen kann. Die Forsa-Umfrage sagt auch, dass die Piraten bundesweit gleich aufliegen mit der Linken. Hat die Linke die Piraten falsch eingeschätzt? Nee, ich glaube nicht, dass wir die Piraten falsch eingeschätzt haben, weil man muss ja, also man kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn eine neue Partei entsteht, dass das ein Resultat der Fehler der alten Parteien ist, sondern ich würde im Falle der Piraten davon ausgehen, dass es sich um eine Partei handelt, die für gesellschaftliche Veränderungen steht, auf die andere Parteien ihre Probleme haben, zu reagieren. Um das kurz zu erläutern, in der Regel gibt es immer zwei Fälle für neue Parteien, entweder gibt es irgendwelche Interessen, die nicht halt abgedeckt werden von den existierenden Parteien und dann gründet sich eine neue Partei, die diese Interessen vertritt. Das glaube ich, sind die Piraten nicht. Ich vermute, aber auch das kann man ja nur vermuten und spekulieren, weil man über die weitere Entwicklung schlecht was sagen kann und auch nicht voraussagen kann. Ich vermute aber, dass die Piraten eine Partei sind, die entstehen entlang einer neuen gesellschaftlichen Konfliktlinie, die entsteht, die sich durch drei vielleicht Aspekte auszeichnet. Erstens würde ich sagen, sie zeichnet sich durch den Aspekt des Internets aus und des deutlichen Bezugs auf digitale Technik und zwar eines sehr starken positiven Bezugs der Nutzung und des Einsatzes dieser Technik für Gestaltung von Politik, von gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist etwas, was in allen anderen Parteien eigentlich sehr unterentwickelt ist und nicht ihr eigentliches Image als Partei ausmacht. Sie zeichnen sich dann dadurch aus, es wurde angesprochen, dass sie auf neue Art und Weise Eigentumsfragen stellen. Also wenn es um solche Fragen geht wie Öffentlichkeit, wie Zugänglichkeit von Wissen, also Zugänglichkeit von öffentlich geförderten Forschungsergebnissen, von öffentlicher Software und so weiter, dann steckt dahinter eine Tendenz, die ja viele Menschen erleben und tragen, mittragen, dass die Fragen von Zugängen und Eigentum in der digitalen Welt neu geordnet und geklärt werden müssen und man könnte auch sagen, die Piraten stehen so für etwas wie Verteidigung von so bestimmten kommunistischen Ideen, von Gemeineigentum. Da würde ich gerne... Ich will noch bitte noch meinen... Er hat es gesagt. Was heißt denn... Deshalb sitze ich ja hier. Also man kann das ja mal so als eine Tendenz und eine These in den Raum stellen, um zu erklären, was sich dahinter verbirgt, weil das passt zu einem dritten Aspekt, der mir wichtig ist, also wenn man sich anguckt, dass die Piraten in Berlin vor allen Dingen von unter 45-Jährigen gewählt worden sind und in Ost-Berlin stärker als in West-Berlin. Dann kann man sich fragen, was bedeutet das? Dann bedeutet das möglicherweise, dass sie gewählt worden sind von Wählern, die erstens einen sehr starken Bezug zu Internet und ähnlichem haben, die Bezug zu solchen Berufen haben, die vor allen Dingen aber nicht in geordneten Arbeitnehmerverhältnissen leben, sondern als kleine Selbstständige, prekär Beschäftigte oder wie auch immer sich durchschlagen und in diesen Verhältnissen auch sozialisiert worden sind. Das führt dazu, dass man ein bestimmtes Verhältnis entwickelt zu so sozialen Basics, wie Grundeinkommen, wie viel kostenloser Nahverkehr und ähnlichen Dingen, also das, was man braucht, um in einer Gesellschaft zurechtzukommen. Und auf dieser Basis von einer bestimmten gesellschaftlichen Grundausstattung, die dann auch gemeingut ist, halt sein eigenes Leben gestalten zu können, sein Einkommen erzielen zu können, seine Ideen umsetzen zu können. Das ist auch etwas, was mit dem Internet seinen technischen Möglichkeiten verbunden ist und ein positiver Bezug darauf ist. So, jetzt unser Problem als Linke, ich rede auch nur jetzt über unsere Probleme damit und nicht die Probleme der Grünen und anderer Parteien. Unser Problem ist, dass wir eine Partei sind, die ist entstanden und hat auf der Erfolgswelle des Widerstandes gegen die Agenda 2010 ihre Wahlerfolge gehabt. Der Widerstand gegen die Agenda 2010 war aber einer, der wurde getragen von einem Sozialstaatsbild, von einer Mentalität, von einer Lebensvorstellung von Arbeitnehmern in festen sozialen, in Anführungszeichen, festen sozialen Arbeitnehmerverhältnissen mit einem gesicherten Arbeitnehmerstatus. Daher kommen Forderungen wie Rente mit 67 und so weiter, was zentrale Forderungen der Linken sind. Damit langweilen wir, glaube ich, Leute, die gar nicht erfahren konnten in ihrem Leben, wie es sich darin lebt in solchen Verhältnissen, für die das auch gar nicht erstrebenswert ist. Wir können aber auch nicht plötzlich die gleichen Positionen vertreten wie die Piraten. Also das Grundeinkommen ist bei uns in der Partei ein sehr umstrittenes Thema und entlang genau dieser Frage finden bei uns auch die Debatten statt. Wir können nicht die gleichen Positionen vertreten, weil wir dann Wähler verlieren würden. Das heißt, eigentlich muss man sagen, die Piraten formulieren in meinen Augen etwas, was sich in der Gesellschaft als neue Konfliktlinien entwickeln wird, was auch Zukunft haben wird, möglicherweise auch eine Zukunft für die Piraten, auf jeden Fall alle anderen Parteien dazu zwingt, sich zu verändern. Und dieser Veränderungsprozess wird sich wahrscheinlich nach dem Berliner Wahlerfolg deutlich beschleunigen. Ich war jetzt nicht so ernst gemeint. Die Frage, interessanter finde ich, die Auseinandersetzung mit dem Begriff Eigentum jetzt bei den Piraten und daraus ergibt sich dann die Frage, gibt es eigentlich Anknüpfungspunkte für Linke und Piraten an bestimmten Punkten? Ist das schon so weit, dass man, ich meine, das sind ja jetzt auch beides Fraktionen in der Berliner Opposition, die miteinander zurechtkommen werden müssen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ist das schon so weit, dass man sagen kann, da gibt es inhaltliche Punkte, wo das zusammengeht oder wo sind die Unterschiede deutlich? Anknüpfungspunkte gibt es, was die Programme betrifft, glaube ich, viele, wo man auch sagen kann, sowohl was Fragen von Bürgerbeteiligung betrifft, was Fragen von Transparenz betrifft, aber auch was soziale Fragen und schulpolitische Fragen betrifft. Ich glaube, was eigentlich das Spannendste ist, neben der Frage, wo man an bestimmten inhaltlichen Fragen zusammenarbeiten kann, das Spannendste wird ja sein, ob das Versprechen eines neuen Politikstils, was von den Piraten gekommen ist und was von ihren Wählern auch erwartet worden ist, ob dieses Versprechen einlösbar ist und ob andere Parteien bereit sind, da auch mitzumachen. Also auch diese Veränderungen zu akzeptieren. Das heißt für uns viel stärker zum Beispiel auch das zu berücksichtigen, was in unserer Partei in so etwas wie Landesarbeitsgemeinschaft, Netzpolitik oder bei einzelnen Abgeordneten eher so ein Nischendasein führt, das also stärker in das Parteileben hineinzuholen und aus den Experimenten, die wir mal gemacht haben, wir haben mal versucht, unsere Programmdebatte auch mit der gleichen Software zu führen und zu gestalten, etwas, ja, nicht die gleiche, eine ähnliche. Hat das funktioniert? Das hat einen gewissen Zuspruch gefunden, es haben da auch Debatten stattgefunden, nur es hat, wie gesagt, ein Nischendasein geführt und man kann so etwas immer zulassen, dass in einer Partei so etwas passiert, aber wirkliche Zusammenarbeit auf der Basis, was Grundanliegen der Piraten und ihrer Wähler sind, also mehr Transparenz, mehr Beteiligung herzustellen, würde ja voraussetzen, dass man die eigene Organisationsform auch mit diesen neuen Mitteln der Partizipation gestaltet. Es zum Beispiel zulässt, dass ein Programm von den Parteimitgliedern direkt im Internet geschrieben wird und nicht über die Form, wie wir sie jetzt noch praktizieren, dass im Parteivorstand Kompromisse ausgehandelt werden, die dann von den Mitgliedern mehr oder weniger so übernommen werden können. Also solche Schritte zu machen, also tatsächlich Politik aus den Vorständen herauszuholen und wieder an die Mitglieder heranzutragen und wenn wir das hinkriegen würden, dann gäbe es natürlich eine große Anknüpfungspunkte und Überschneidung auf der Ebene des Politikstils und nicht nur auf der Ebene von einzelnen Forderungen, wo ich denke, da wird sich ein Verhältnis herstellen, wo man sagen kann, an dem Punkt haben wir die gleiche Auffassung, da kann man gemeinsam handeln und an dem Punkt wird es Unterschiede geben. Ich habe heute, ich lasse dich auch gleich noch antworten, weil ich würde da gerne noch kurz nachhaken. Ein Interview mit Klaus Lederer in der Morgenpost ist, glaube ich, heute erschienen, der sich durchaus dazu bekennt, dass die Linke aus dem Ergebnis natürlich einiges lernt und sich verändern muss. Ist die Linke tatsächlich bereit, sich da oder willig sich da zu ändern? Also an dem Punkt bin ich nicht in der Lage, über die Willigkeit irgendwie etwas und die Bereitschaft, etwas Belastbares sagen zu können, weil das ist nicht mein Job. Ich will aber eins sagen, also die Linke hat natürlich mit diesem Wahlergebnis oder generell ein Problem, was sich nicht auf den Nenner Piraten bringen lässt, sondern das Problem der Linken ist ein viel weiter gefasstes. Also ich will mal ein Beispiel sagen, wir haben in Berlin 14.000 Wähler verloren und andererseits sind von den Wählern 2017.000 Wähler verstorben gewesen und 6.000 weggezogen. Das heißt, auf mehr oder weniger natürlichem Wege sind 23.000 Wähler verloren gegangen. Wir haben die aber immerhin kompensieren können bis auf ein Niveau von 14.000 durch das Gewinnen an anderer Stelle. Wir haben Wähler von der SPD gewonnen. Wir haben auch Nichtwähler mobilisieren können. Das heißt, wir sind mit unseren Themen in verschiedene Richtungen attraktiv. Und das Falscheste, was wir jetzt als Partei machen könnten, würde bedeuten, zu sagen, allein das Wahlergebnis der Piraten ist für uns als Linke die zentrale Aufgabe oder das zentrale Thema dieses Wahlergebens. Das ist ein Thema. Das andere entwickelt sich aber entlang von solchen Fragen wie, wie schaffen wir es weiter, bestimmte Wählerschichten zu mobilisieren, die ja auch nicht Piraten wählen, sondern die uns wegen originärer Themen sozialer Gerechtigkeit, sozialer Fragen oder sogenannter Altervorstellungen, die nichts mit Grundeinkommen zu tun haben, wählen würden. Und an dem Punkt müssen wir in der Tat auch besser werden. Und nicht nur, was die Frage von Piraten betrifft. Und grundsätzlich wird es eben für uns darum gehen müssen, dass wir wegkommen davon, das sagte ich ja eingangs schon, nur noch ein Sozialstaatsmodell zu vertreten und zu propagieren in der sozialen Frage, wo die Leute, die das vertreten, immer älter werden und immer mehr wegsterben. Das heißt, wenn man da nicht hinbekommt, also auf der Ebene der sozialen Frage viel stärkeren Anschluss zu finden an die Alltagsarbeit und Lebenswelt von unter 45-Jährigen, dann haben wir in der Tat irgendwie nichts gelernt. Aber das wäre für mich das Hauptthema, wo wir was lernen müssen. Und jetzt schon auch nochmal die Frage an die Piraten. Wir sind jetzt hier bei der Linken, insofern interessiert mich natürlich primär die Möglichkeit der Anknüpfung zur Linken, aber insgesamt natürlich dann in Berlin auch zu den anderen Oppositionsfraktionen. Sind die Piraten überhaupt schon soweit? Ich nehme an, ihr seid heftig mit euch selbst beschäftigt. Schon gucken zu können, was können wir mit den anderen anfangen? Du bist ja jetzt, wenn du für externe Organisationen zuständig bist, im Grunde genau der Richtige, das zu beantworten. Ja, das geht sogar noch weiter, weil ich werde demnächst nicht mehr Beauftragter des Landesvorstands sein können. Das ist auch klar. Für keinen von uns ist das ein Halbtagsparlament wirklich. Es gibt zwei Mitglieder der Fraktionen, die arbeiten gehen müssen, weil sie zum Beispiel eine eigene Firma haben und verpflichtet sind, sich darum zu kümmern. Ansonsten bin ich allerdings seit gestern parlamentarischer Geschäftsführer der Piratenfraktion. Das heißt, das ist genau die Aufgabe, die ich haben werde. Und ja, also vom ersten Tag an gab es Gespräche, Menschen, die ich auch schon kannte, die auf mich zugekommen sind. Der eingestellte Fraktionsgeschäftsführer der linken Fraktion hat uns zum Beispiel sehr beraten, was die Satzung angeht. Wir haben ja natürlich jetzt Aufbauprobleme. Und es kommen schon bei der Frage der Organisation im Parlament große Schnittmengen zustande, was zum Beispiel die Digitalisierung der Arbeit geht. Ich habe darüber geblockt, das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben uns für offene Werkzeuge in Politik und Verwaltung ausgesprochen, das steht bei uns im Programm. Und wir können jetzt schon auf Schnittmengen mit den Grünen, den Linken hoffen, da Veränderungen im parlamentarischen Ablauf zu etablieren. Was die inhaltliche Frage angeht, ich glaube, das hast du sehr gut getroffen. Das gibt ja die beiden Punkte. Einmal diesen neuen Politikbetrieb, den wir pflegen wollen, den wir vorangestellt haben, den wir aber erst finden müssen. Denn wir sind jetzt erst in diesem Politikbetrieb und das ist diese Frage, wie ich zum Beispiel in meinem neuen Amt, wie gehe ich damit um, dass in einer Geschäftsführerrunde natürlich auch mal gesponnen werden muss über inhaltliche Fragen. Da muss auch mal die Freiheit haben zu sagen, was man eventuell vorhaben könnte und darüber einfach mal ohne einen fehlenden Charakter oder ähnliche Sachen spinnen können muss, ohne dass es vielleicht an die Öffentlichkeit dringt. Diese Sache ist schon auf mich herangetragen worden. Also die Frage, wie gehe ich damit um, das weiß ich noch nicht. Und das wird sicherlich eine große Problematik werden für uns in der Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen, mit dem klassischen Politikbetrieb. Denn wenn wir jetzt einfach hingehen und sagen, nö, ist alles öffentlich, von vornherein, dann redet keiner mit uns. Das kann ich auch unterschreiben. Das heißt, man muss da eine Grenze finden und das ist auch die Schwierigkeit, das ist eine Sache. Dazu gehört auch noch dieser andere Politikstil und das klang jetzt auch schon an, wir haben keine Wählerklientel. Wir haben sowas nicht. Wir können sagen, okay, es sind die jungen, gut gebildeten, männlichen, das ist aber nicht eine klassische Klientel im politischen Sinne. Es sind nämlich nicht die Arbeiter oder eben die Nichtarbeiter. Es sind eben sowohl Professoren als auch wissenschaftliche Mitarbeiter als auch Hartz-IV-Empfänger und so weiter und so fort. Die haben keine klassische Klientel, an denen wir unsere Forderungen ausrichten. Das werden wir eventuell in fünf Jahren haben. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung hingeht. Wir sind aber sehr frei in der Erwartungshaltung. Wir haben unser Programm. Wir haben nur das Programm, an das wir uns halten müssen. Das ist auch nicht allzu eng gefasst. Das heißt, Schnittstellen, Schnittmengen können ausgebaut werden. Und wir können mit dem innerparteilichen Demokratiebetrieb, den wir haben, der darauf ausgelegt ist, sehr dynamisch zu sein, sich schnell reagieren zu können auf Dinge, können wir diese Schnittstellen halt auch dynamisch ausbauen. Wir müssen gerade, wir arbeiten gerade, natürlich ist es richtig, wir beschäftigen uns sehr viel mit uns selbst, müssen wir auch arbeiten gerade an den Schnittstellen zur Partei, die dann auch das möglich machen, dieses schnelle Feedback zu bekommen. Das ist das zum Politikstil. Das sind so die Probleme, die auftauchen werden, das sind aber die großen Chancen für die anderen Parteien. Die können nämlich da anknüpfen und wir können auf die zugehen und uns auch immer versichern, gegenüber unseren eigenen Parteimitgliedern versichern, ob das irgendwie gut ist, was wir gerade tun. Dann könnte ich noch zum Inhaltlichen kommen, aber das ist ja schon richtig. Also die Schnittmengen, so gut wie hier gerade die Piratenpartei erklärt wurde, das hätte ich nicht gekonnt. Und dieses, ich sage es jetzt mal auch, also der Begriff Kommunismus ist gar nicht so verfehlt. Also wenn man es nicht auf ein Wirtschaftssystem bezieht, sondern auf die Frage der öffentlichen Daseinsfürsorge, öffentliche Infrastruktur, das Lebensmodell, was da ohne Not und Sorge leben zu können, dann stimmt das schon, ohne jetzt darauf eingehen zu wollen, was dann mit Finanzmärkten und ähnlichen Dingen passiert. Aber so weit stimmt das schon und die Schnittmengen sind auch zum Beispiel zu den Grünen sehr groß. Über die CDU sage ich jetzt mal am besten nichts, das ist eher so der Antipol zu uns, gerade was Bürgerrechtsfragen angeht. Obwohl der CDU-Kandidat Prenzlauer Berg auch den freien Mauerpark gefordert hat. Ja, da sind wir bei der Klientelpolitik wieder. Ja, ansonsten muss man da auch mal, kann ich vielleicht eine kleine Lanze brechen mit den Schwarzen. Die Erarbeitung, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, die Erarbeitung des Wahlprogramms der Berliner CDU, die ist ja online erfolgt. Das ist auch erstauntlich, ich habe mich auch sehr skeptisch, weil dann ist es halt online und dann ist trotzdem nochmal ein Vorstand da, der das alles umschreibt und es dann zur Wahl stellt und solche Sachen, das ist ja die klassische Erwartungshaltung. Und Sie haben es tatsächlich geschafft, diesen Prozess durchzuhalten, bis zu dem Punkt, wo die Wahl aus war und das Wahlprogramm geschrieben war. Das ist ja kein stetiges Projekt gewesen, aber an der Stelle muss ich schon meinen Respekt aussprechen. Denn diese Online-Mitbestimmung, die sie da versucht haben, die hat tatsächlich bei denen funktioniert. Und soweit ich das erkennen kann, ist es auch kein Korrektiv aus der Partei gewesen, das dann da die Hand drauf gehalten hat und bestimmte Punkte halt weggeschmissen hat oder komplett umformuliert hat. Das finde ich schon, also da auch sind Schnittmengen da, denke ich. Von diesen ganz konkreten Sachen hier, vor allen Dingen auch in Berlin, würde ich jetzt gerne wieder einen Schritt weggehen. Dass die Wahl ein Stück weit eine Protestwahl gewesen ist, das ist schon gesagt worden. Die Partei selber wird wahrgenommen, als die ist, vor allen Dingen, das sind neue Formen, die machen das jetzt ganz anders, die sind einfach ganz anders, deswegen sind sie auch attraktiv. Meine Frage ist, die Grünen sind auch mal ganz anders gewesen und ich war da noch sehr jung, aber in meiner dunklen Erinnerung habe ich die als noch deutlich mehr anders wahrgenommen. Damals, als ich momentan die Piraten selbst mit ihren ganz neuen Formen wahrnehme. Also aus der Perspektive des Parteienforschers lässt sich das vergleichen, das Phänomen Grüne vor jetzt über 30 Jahren mit den Piraten heute, wo sind Ähnlichkeiten, wo sind Unterschiede und vielleicht eine Prognose, wo werden die Piraten sich hinbewegen? Also wenn man das West-Berlin nimmt vor 30 Jahren, das ich etwas besser kenne als das Ost-Berlin vor 30 Jahren, aber das kenne ich auch ausreichend genug, dann können wir feststellen, dass wir seit Ende der 70er, Anfang der 80er diese Abkopplung von Lebenswelten und Lebensstilen, was wir heute Mainstream nennen, kennen, nämlich das Auftauchen von bestimmten Milieus, die vor allen Dingen, was du gesagt hast, libertäre Wertorientierung hatten, die also großen Wert legten auf Selbstbestimmung, auf demokratische Partizipation, auf Freiheitsbegriffe, auf die Abwesenheit des Staates und zwar Abwesenheit von Zwang. Da kann man natürlich sagen, da gäbe es auch eine Schnittmenge mit den alten Sozialliberalen, aber das denke ich nicht, dass man irgendwo davon sprechen sollte, dass FDP und Piraten an bestimmten Punkten auch Identitäten haben. Wenn man dann sieht, wie sich das bei den Grünen weiterentwickelt hat, auf der Organisationsebene gibt es schon Ähnlichkeiten. Ich erinnere mich immer bei der alten alternativen Liste, wer an dem Tag in der Nähe eines Mikrofons war und etwas zu sagen hatte, der war für diesen Tag der Sprecher der Grünen in der Angelegenheit, in diesem bestimmten Politikfeld. Zwei Tage später war es dann auf einmal ein anderer. Das hat sich dann allerdings relativ schnell konsolidiert, oder besser gesagt, die Begegnung mit den Institutionen Abgeordnetenhaus hat dazu geführt, dass bestimmte Sachen einfach unterblieben sind. Was passiert ist, ist, dass sehr verschiedene Gruppen gekommen sind und gesagt, jetzt müsst ihr unsere Interessen vertreten. Und da stellt sich dann bald heraus, wer eigentlich auch vom Gefühl der Partei her als relevant betrachtet werden muss, eine Partei, die keine gesellschaftlichen Interessen vertritt, die kann sich aufgeben, weil sie dann irgendwann den Zuspruch verliert. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass man sagen muss, das, was die Piraten, und der Horst Gahrs hat recht darauf hingewiesen, bisher nicht deutlich gemacht haben und was wichtig ist für eine Dauerhaftigkeit ihrer Existenz, ist, dass sie die Konfliktlinie, an der entlang sie sich organisieren, auch so verständlich machen für ein breiteres Wählerpublikum, dass sie sagen können, ja, das ist unseres. Die Grünen hatten es da, oder die Alternativenliste, und die Grünen hatten es da leichter. Die hatten diesen Ökonomiekonflikt, die haben deutlich machen können, wofür sie stehen und die haben da auch eine Kompetenz erworben. Das mit der Kompetenz könnte man den Piraten vielleicht auch zutrauen, sagen, das ist, wenn diese Netzaffinität und die Umsetzung des Internets in den politischen Alltag, aber auch in die Kommunikation zwischen Politik, und Bürger und innerhalb, unter den Bürgern selbst dominiert oder besser gesagt zunimmt, dann könnten die gerade in Abwehr von Ansprüchen, wie sie jetzt wieder in der Union auftauchen, was will der Sigrid Kauder denn gesetzt machen, dass irgendwie wieder große Sicherheitsvorschriften bringt, naja gut, Internet verbieten, ja, aber Herr Uhl und Herr Kauder, die halten alle Internetnutzer möglicherweise für Pädophile oder Terroristen, also so eine Annäherung ans Netz ist natürlich schon eine Katastrophe. Das heißt, da muss etwas hin, was sie deutlich erkennbar macht, aber es gibt allerdings auch einen anderen Punkt. Die Piraten profitieren auch von dem Verlust der Integrationsfähigkeit der anderen Parteien. Die Linke hat Wähler verloren, weil das Markenschild der Linken, soziale Gerechtigkeit, Anhänger, die das letzte Mal noch Linke gewählt haben, diesmal nicht gewählt haben und gesagt haben, da gehen wir woanders hin. Die gehen dann auch aus diesem Grund zu den Piraten. Das hat mit Sicherheit auch mit dem von der Skars gerade entworfenen Sozialstaatsbild zu tun oder dem Bild, was man nachhängt, aber es hat auch damit was zu tun, dass die sozialen Veränderungen in der Berliner Gesellschaft dazu führen, dass eine Bugwelle faktisch entsteht, diese Bugwelle eben unter anderem gespeist wird aus unterschiedlichem Lebensstil, aus Erwartungen von Leuten, die hierherziehen, Erwartungen von vielen Leuten, die gar nichts mit den alten Problemen Berlin zu tun haben wollen und die dann auch sagen, wir fühlen uns am besten durch die Piraten repräsentiert. Und in zwölf Jahren könnten die Piraten nicht mehr vorne am Bug stehen, sondern möglicherweise, na jetzt hätte ich fast gesagt, eine Kombüse, aber eigentlich wollte ich ansteuern. Also irgendwo in der Mitte des Schiffes, aber nicht mehr am Bug, weil dann stehen andere am Bug und das ist das Problem von solchen Parteien, die sich verfestigen und da ist der Unterschied zu den Grünen. Sobald die Grünen angefangen haben, sich zu etablieren im Sinne, dass sie sagt, wir müssen permanent fähig sein für Regierung, Regierung machen heißt, wir müssen aber auch den Spagat riskieren zwischen Erwartungen unserer Anhänger einerseits und den Notwendigkeiten, Kompromisse mit anderen zu finden, andererseits, wo dann in der Berliner Kampagne eher der zweite Aspekt größer wird, dass dann viele sagen, nee Leute, ich fühle mich nicht mehr von euch vertreten. Also theoretisch gesehen ja, man kann durchaus Aspekte aus der Entwicklung der Grünen nehmen und damit versuchen, Aspekte der Entwicklung der Piraten zu vergleichen. Es gibt Differenzen, das betrifft die Organisation entlang eines relevanten gesellschaftlichen Konflikts, aber über die Perspektive lässt sich darüber im Moment nichts sagen. Muss ich mal Dankeschön sagen, endlich mal ein Politikwissenschaftler, der die Glaskugel zulässt. Ja, also dazu, das ist gar nicht so verkehrt, wobei ich an einem Punkt widersprechen möchte. Er hat so ein bisschen was mit beiden Feldern zu tun. Und zwar, das Nichtvorhandensein dieser gesellschaftlichen Konfliktlinie, wie Sie es gesagt haben, ist ja quasi der Aspekt, der daraus hervorgeht, dass wir uns nicht eben hauptsächlich mit konkreten Themen wie Friedenspolitik, Umweltpolitik, Feminismus, wie am Anfang der Grünen beschäftigen, sondern mit gesellschaftlichen Metathemen, könnte man es vielleicht nennen. Also mit der Skizzierung eines neuen gesellschaftlichen Modells oder dem empfundenen neuen gesellschaftlichen Modell und der Entwicklung und dem Umsetzen in eine politische Gesellschaft. Und zwar ist es ja gerade das Ziel, diesen Spagat zwischen zwangsläufiger Etablierung und dieser Regierungsfähigkeit, ich stimme da vollkommen zu, an dem Punkt, als die Grünen angefangen haben, mit Regierungen zu liebäugeln, sind sie für einen Großteil ihrer Wählerschichten unglaubwürdig geworden und das haben sie immer wieder bestätigt im Laufe ihrer Geschichte. Genau diesen Spagat halt hinzukriegen anhand dieser Metathemen, die wir haben, Transparenz, Demokratie, also direkte Beteiligung und neue politische Modelle abseits von parlamentarischen, repräsentativen Modellen, die wir jetzt haben, ist ja gerade das Ziel der Piraten und daran wird man uns auch messen lassen müssen. Falsche Grammatik, Entschuldigung. Das ist auch gerade die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Das ist jetzt, ich glaube, nicht ein Punkt für die nächsten fünf Jahre. Ich denke, da sind wir jetzt in der Oppositionsarbeit und der zwangsläufigen Professionalisierung noch ein bisschen davor geschützt, jetzt eben genau diese Stufe hin zur Regierungspartei, zur Volkspartei oder sowas gehen zu müssen. Aber wir müssen jetzt schon den Weg skizzieren, der uns aufzeigt, wie wir diese Prinzipien von direkter Mitbestimmung, weniger repräsentativen Möglichkeiten, weniger Kompromissen in der Politik tatsächlich. Also es ist auch ein Punkt der Piraten. Wenn ihr uns nicht wählen wollt, dann wählt uns halt nicht. Also da sehe ich so den großen Unterschied, denn die Grünen sind den Weg einer klassischen Partei gegangen. Das wollen wir halt versuchen, nicht zu tun anhand dieser Metathemen. Wobei die Grünen, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, nicht in der zweiten Woche nach ihrer ersten großen Wahl das Wort Professionalisierung in den Mund genommen hätten. Das finde ich schon auch deutlich einen Unterschied. Es geht ja nicht ums Äußere. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt im Politikbetrieb irgendwie die klassischen Strukturen zerstören müssen. Es geht aber ganz viel um Formen. Also das wird ja auch immer wieder gesagt, dass Piraten sehr viel mehr sich mit Formen beschäftigen als mit Inhalten. Das hast du jetzt selber auch mehrmals gesagt. Darauf möchte ich jetzt eigentlich auch gerne nochmal hinaus. Das ist eben dieses ganz andere, was die Piraten attraktiv macht, im Unterschied zu allen alten Parteien. Vokabel Politikverdrossenheit schwebt da immer ganz groß durch den Raum. Die sind irgendwie alle nicht mehr attraktiv, die setzen nicht um, was sie versprechen. Piraten sind anders, die sind jetzt transparent. Ich habe mir heute auch in der Vorbereitung für die Veranstaltung einen Mitschnitt der Verhandlungen zwischen den Piraten und den Linken für die BVV Kreuzberg angehört. Diese erste Verhandlung über den Posten des Stadtrats. Da gibt es fünf Piraten, die eigentlich neun sein könnten, aber weil es zu wenig auf der Liste waren, sind sie jetzt eben nur fünf. Eigentlich hätten die Piraten das Vorschlagsrecht für den Stadtrat. Wenn aber diese vier fehlenden ins Abgeordnetenhaus gehen, dann geht dieses Recht an die Linke. Erste Verhandlungsrunde, es begegnen sich die Vertreter der Linken mit den fünf neuen BVV-Verordneten der Piraten. Das Ganze wird aufgezeichnet und ist im Netz zum Nachhören. Ich muss sagen, dass es mir schwergefallen ist, die gesamte Aufnahme anzuhören. Wer davon nicht Politikverdrossen wird, muss ein ungeheuer dickes Fell haben. Wo ich dachte, das ist die Entzauberung pur schon wirklich quasi in der ersten Woche nach der Wahl. Das ist transparent, das sind Sachen, die man normalerweise in der Öffentlichkeit so nicht zu sehen bekommt. Aber war für beide Seiten, glaube ich, kein Heimspiel. Und ich finde, das geht sehr schnell und schon meine Frage auch an die Piraten, wenn sozusagen damit demonstriert wird, was der neue Politikstil ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja genau das will ich jetzt gerne und zwar von morgens bis abends haben. Wie ist das gemeint? Gemeint ist das natürlich ganz anders. Natürlich geht es um Form. Wenn ich mir um gesellschaftliche Metathemen Gedanken mache, und das ist ja tatsächlich das Hauptthema der Piraten, dann geht es ganz viel um Form, um Prozesse, um Organisationsstrukturen. Das ist auch wichtig. Das ist auch das Problem, mit dem wir umgehen gerade. Ich weiß nicht, wie die Piraten und Friedrichshain sich da geschlagen haben. Das hängt natürlich immer an den Persönlichkeiten. Die Wahl gestern im Abgeordnetenhaus bei unserer Fraktionssitzung, die war auch öffentlich und live gestreamt. Und das haben wir immerhin in den vier Stunden geschafft, tausend Zuschauer da durchzuhalten. Also da sind schon sehr viele Hartgesottene dabei gewesen. Aber nein, es geht natürlich nicht darum, dass wir uns in den Politikbetrieb einfinden im Sinne von, wir versuchen tatsächlich keine Fundamentalopposition gegen die herrschenden Verhältnisse zu fahren, sondern tatsächlich was zu bewirken. Das mag man uns vielleicht ankreiden, wenn man das anders verstanden hat, wofür wir stehen. Der neue Politikstil fängt da an, wo wir Dinge offen lassen. Das merke ich jetzt gerade. Ich habe mich unterhalten mit dem grünen parlamentarischen Geschäftsführer, also inzwischen parlamentarischen Geschäftsführer Heiko Thomas. Der kam auch auf mich zu und meinte, ja Demokratisierung und Beteiligung ist toll, aber wir machen doch schon alles. Wir machen doch alles. Wir machen Bürgerversammlungen. Wir laden die Leute ein. Wir schreiben unendlich viele Briefe, damit sie sich beteiligen. Und die kommen einfach nicht. Ich sage, ja, natürlich kommen die nicht. Weil du ihnen A und B vorschlägst, die beides nicht toll finden und keine Möglichkeit sehen, von alleine, ohne eine Firma im Hinterkopf, ohne Entscheidungsträger zu sein, das entsprechende Planfeststellungsverfahren für irgendeine Freifläche da zu haben, einen alternativen Vorschlag zu bringen. Und der unterschiedliche, jetzt komme ich zum unterschiedlichen Politikstil, bei den Piraten ist, erst mal keine Vorschläge zu machen, sondern Freiräume zu schaffen, politische Freiräume, wo Dinge entstehen können. Das provoziert mich jetzt, weil genau denselben Satz habe ich von verschiedenen Piraten auf die Frage, warum habt ihr eigentlich keine weiblichen Abgeordneten gehört? Die kandidieren einfach nicht. Ja, das ist eine Tatsache. Wollt ihr das ändern? Ja, ich bin auch keiner der Piraten, die sagen, wir haben da kein Problem. Ich bin auch keiner der Piraten, die sagen, wir können das ignorieren. Das gibt sich schon. Irgendwann vielleicht. Dann stehen wir am Ende da, wie die CDU, die 20 Prozent Frauenbeteiligung hat und die Hälfte davon sind die Mütter oder Frauen von Abgeordneten. Um es mal drastisch auszudrücken. Nein, wir haben da Defizite, das haben alle politischen Parteien. Wir haben keine strukturell sinnvolle Lösung dafür anzubieten. Wir suchen, wir wollen offene Politik machen und das attraktiv halten. Da geht es auch ganz viel, und das haben wir uns bisher nicht angenommen, um Wording zum Beispiel. Was ich auch immer, ein schönes Beispiel, was ich immer wieder höre, ist, warum heißen eure Treffen denn in Berlin nicht, aber warum heißen eure Treffen denn Stammtische? Welche Frau geht denn gerne auf den Stammtisch? Also das ist schon richtig. Dann sagt der Pirat immer so, das kann doch nicht wichtig sein. Das geht doch um die Inhalte und es geht doch darum, es ist aber wichtig. Und dass wir uns mit diesen Themen so auseinandersetzen, dass wir die Probleme akzeptieren und uns da auch Beratung holen. Und das ist tatsächlich auch geplant. Wir haben gestern darüber gesprochen, in einer kleineren Runde, das ist, mein Kollege wird sich jetzt wundern, dass wir tatsächlich eine Veranstaltung genau zu diesem Problem machen und uns eine offene Diskussion, wie können wir für alle möglichen gesellschaftlichen Minderheiten und auch natürlich für Frauen Politik attraktiver machen und unsere Partei attraktiver machen. Denn wir haben dafür keine Lösung. Sprichst du da jetzt für dich oder für die Piraten? Denn ich habe das auch schon anders gehört, dieses auf die Frage, wollt ihr denn da mehr Frauen haben? Gibt es auch ganz andere Antworten? Ja, ja, gibt es. Pluralistische Politik. Also ich spreche da für mich und ich bin wirklichkeitsnah genug, um festzustellen, dass wenn ich hier auf dieser Veranstaltung sitze, als Abgeordneter der Piratenpartei, dass ich dann zwangsläufig auch für die Piratenpartei spreche. und wenn ich dann jetzt den parteiüblichen Chitstorm ernte, dann muss ich damit leben und mich dafür rechtfertigen. Ich erkenne, dass da ein Problem existiert und ich will dagegen was tun und ich denke, dass das auch für sehr viele Piraten gilt und ich kriege Zuspruch für diese Ideen und für diese Statements von den Piraten. Gucken, was wir daraus machen können. Also ich würde da gerne an einem Punkt widersprechen, weil ich glaube, diese Vorstellung mit der Transparenz, die führt nach meiner Einschätzung in die Irre, weil man kann nicht davon ausgehen, dass erstens alle Bürger irgendwie sich für Politik interessieren und diese Transparenz als ein hohes Gut schätzen würden, sondern man muss auch akzeptieren, dass es viele gibt, die einfach wollen, dass Politik in guten Händen ist und sie finden, dass sie gegenwärtig nicht in guten Händen ist und deshalb soll dieser Betrieb mal aufgemischt werden und rund erneuert werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass Beteiligung und Transparenz, wie man mittlerweile auch weiß, auch sozial ausschließenden Charakter haben können, weil man, also Transparenz und darauf zu setzen, weil sie nur für bestimmte soziale Gruppen möglich ist und dritter Aspekt, ich glaube, Transparenz selbst ist auf Dauer kein Wert, wenn nicht Transparenz umgesetzt werden kann in Beteiligung und das Entscheidende, was man, also was letzten Endes auch über das Schicksal der Piraten mitbestimmen wird oder überhaupt bestimmen über das, was man auch Demokratisierung der Demokratien nennen könnte, um mal so unseren Sprechstil zu benutzen, dann würde daran bestehen, dass es tatsächlich so etwas gibt wie Referenzprojekte, an denen Beteiligung dazu führt, dass sich etwas verbessert an den realen Lebensverhältnissen der Leute oder vieler Leute in Berlin. Das heißt, man muss in irgendeiner Art und Weise, denke ich, gucken, dass man Beteiligungsprojekte definiert und aufmacht, die dazu führen, dass es am Ende auch eine reale Veränderung, einen politischen Erfolg gibt. Weil wir können aus unserer Erfahrung sagen, wir haben mal politische Erfolge versprochen bei Landtagswahlen und so in unseren Wahlprogrammen und wurden drei Jahre später, als wir die Leute wieder an der Haustür aufgesucht haben, mit dem Satz konfrontiert, wieso, ich habe euch beim letzten Mal gewählt, hat sich aber auch nichts verbessert für mich und hinter diesem Erfolg der Piraten steckt da im Kern so etwas, wie dass die Leute sagen, naja, Politik hat sich von uns entfernt, die machen da irgendwas und man weiß es nicht, deshalb Transparenz, aber man hat da auch keinen Einfluss drauf und Piraten zu wählen heißt ja möglicherweise, dass die Leute wieder Einfluss nehmen wollen und finden, eigentlich muss Politik so funktionieren, dass man das auch selber machen kann. und dieser Aspekt des Selbermachens, das sozusagen in Beteiligung umzusetzen und dabei Erfolge zu erzielen, das scheint mir das Entscheidende zu sein, wenn man etwas verändern will. Da ist, ja ich sage es nur in Abgrenzung zu dem Hochhalten von Transparenz oder so, das ist ja auch nur der erste Schritt. Das ist jetzt die Aufgabe, vor der wir stehen. Ich versuche gerade zu sagen, also auf der Ebene von, also weil das der Ausgangspunkt war, ist jetzt die öffentliche Übertragung von solchen Gesprächen bereits die Veränderung. Ich glaube, das ist im Moment einfach eine gewisse Aufmerksamkeit und ein Effekt, der eintritt, aber das Entscheidende wird sein, ob solche Gespräche, darauf wollte ich hinaus, letzten Endes damit verbunden sind, dass man sich nicht nur darauf einigt, bestimmte Personen zu wählen, weil dann würde man genau das machen, was Parteien bisher immer gemacht haben, hinten irgendwie auspungeln, wer Posten kriegt, diesmal ist es halt öffentlich, sondern dass die Verständigung auf das Wählen bestimmter Personen auch damit verbunden ist, dass sich bestimmte Dinge in der Beteiligung von Bürgern und Bürgern ändern würden. So, jetzt muss ich da mal, Moment, 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 moderieren tue ich, geht das direkt dazu? Ja, es geht direkt dazu, weil bestimmte Erwartungen an die Kommunikation sind ja nur, oder besser gesagt, können ja nur gestellt werden, wenn man auf der einen Seite und wieder auf der anderen Seite Zeitreicher hat. Also Leute, die genügend Zeit haben, permanent zu verfolgen und die auch klug genug sind, sich einzuschalten. Ich würde allerdings warnen vor der Vorstellung, und jetzt nicht im Sinne Piraten warnen, sondern nur ganz allgemein, es gibt aktive wie passive Partizipationen. 10 Prozent, grob gesagt, sind interessiert an aktiver Partizipation, die wollen gerne in irgendeiner Form beteiligt werden. Ich bleibe mal so ein bisschen im Wagen. 90 Prozent sind in der Regel damit zufrieden, dass sie wissen, was in der Politik, warum passiert. Ein wesentlicher Verdruss über die gegenwärtige Kommunikationspraktik der Regierung oder auch eine Stimulanz für manche, die vielleicht unter Protest fallen, Piraten zu wählen, war eben der hier angekündigte offene Stil, der gleichzeitig, verbunden mit so einem Personalaspekt, die machen nicht die Erscheinung von Beruf, die kommen nicht an wie die Berufspolitiker, da hat es geführt, dass man das sozusagen irgendwie als eine Alternative empfunden hat. Aber klar ist, diese passive Partizipation, das Verlangen nach passiver Partizipation muss auch erfüllt werden können und das muss, da reicht es manchmal eben auch ein Angebot zu haben. Ich bin auch noch nie auf dem Fernsehturm gewesen, solange kein Besucher kommt zu mir und sagt, geh mal da rauf. aber ich könnte jederzeit. Guter Aspekt, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal auf diese, wie soll man sagen, auf diese Abfolge hin zur erfolgreichen Piratenpolitik, die hier skizziert wurde, eingehen. Natürlich, Transparenz ist das Erste. Das ist halt der erste Schritt und er ist halt jetzt auch besonders präsent, weil wir eben diese Aufgaben haben und uns hat niemand damit gerechnet, dass wir annähernd 9% bekommen und in Friedrichshain-Kreuzberg einen Stadtrat stellen könnten. Also das ist tatsächlich das sind Aufgaben, die uns jetzt zufallen, die wir erstmal nach den Grundsätzen erledigen müssen, die wir uns gegeben haben. Der Punkt ist doch allerdings, ein schönes Beispiel, nehmen wir mal einen Bürgerhaushalt. Bürgerhaushalt in einem Stadt, ja, Friedrichshain-Kreuzberg. Kannst du das kurz erklären? Ja, also der Teil eines Bezirkshaushalts, der freigegeben wird für Projekte, die von Bürgern initiiert werden oder Initiativen, die dann am Ende der Stadtrat und auf Empfehlung der Bezirksverordnetenversammlung vorgelegt werden, um dann durchgeführt zu werden. Also man geschafft wieder Freiräume. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Das sind finanzielle Freiräume. Das Problem daran ist nur, dass hier natürlich keine wirkliche Beteiligung herrscht, solange sich der Stadtrat und auch die BVV-Abgeordneten nicht direkt auf gleicher Augenhöhe an diesen Sachen beteiligen. Das ist sehr schwer. Das ist im Zeitaspekt extrem wichtig. Deswegen setzen wir auf Online-Partizipation. Aber das Beispiel, was ich skizzieren wollte, ist Folgendes. Als erstes muss natürlich erstmal transparent sein, für welche Projekte wird Geld ausgegeben. Wie viel Geld ist denn eigentlich da für ein Bürgerhaushalt? Das ist so der transparente Gedanke. Da kann auch nicht jeder sich durcharbeiten, das muss man auch aufarbeiten. Dafür gibt es auch Initiativen, die sich darum kümmern. Wenn man sowas wie Open Data und eine maschinenlesbare Verwaltung hat, dann wird es derer noch sehr viel mehr Visualisierung und Verständlichmachung von solchen komplexen Dingen wie einem Haushalt geben. Der nächste Schritt ist das Implementieren von Beteiligungsprozessen. Wir haben jetzt einen Bürgerhaushalt, den kann man verschieden implementieren. Den muss man strukturiert durchdenken. Es geht jetzt dahin, auch in Friedrichshain-Kreuzberg, das Ganze über Online-Partizipation zu machen. So, das hat man jetzt eventuell. Dann hat man diesen Antragsverfahren, das man da auch online machen kann. Das gibt mit weniger Zeit und man hat die Informationen gleich daneben. Man kann eventuell auch eine Diskussion zwischen verschiedenen Antragstellern darüber machen. Das ist dann aber auch noch nicht ausreichend, zumindest nicht nach piratischer Politik. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, in diesen Diskussionsprozess, den wir eventuell online organisieren, nehmen alle BVV-Mitglieder teil oder zumindest die, die sich da reinbegeben wollen in diesen Dschungel aus Initiativen, die sich da um Geld kloppen und haben genauso eine Stimme da drin oder genauso ein Votum da drin, mit natürlich mehr Hintergrundwissen, aber das ist ja ihre Aufgabe, wie alle anderen und begleiten diesen Prozess live. Und das ist ja das Versprechen, das wir machen. Also das ist genau der Punkt, der Unterschied, das, was wir wirklich versprechen können. Wir begeben uns in diese Prozesse mit rein. Das ist auch eine Ausgestaltung dieses Freiraum-Gedankens, den ich gerade habe. Dann wird Folgendes, und das ist jetzt die Glaskugel, die ich aufmache, dann wird Folgendes passieren, dass die Leute tatsächlich sich daran beteiligen. Wir haben solche Modelle in Münster zum Beispiel, das passt jetzt zu dem Bürgerhaushalt, in Münster zum Beispiel, wo ein Online-Abstimmungssystem über diesen Bürgerhaushalt, also als Empfehlung, das geht ja nicht, das verpflichtend zu machen, aber ein Online-Abstimmungssystem, wo tatsächlich die Entscheidungsträger auch eine Stimme haben, und zwar nur eine. Nicht mehr. Die sind auch Teil dieser Menschen, die darüber abstimmen und nicht die am Ende sagen, ja oder nein, die salomonischen Entscheidungen treffen müssen, sondern sich da reinbegeben in diesen Prozess und abwarten, was passiert, und nicht versuchen zu steuern, höchstens versuchen zu moderieren, aber auch das eher nicht. Denn Moderationsfreiheit ist auch so eine wichtige Sache. Vollkommen richtig, bei der Transparenz hört es nicht auf, es hört auch nicht bei der Gestaltung von Beteiligungsprozessen auf, es hört frühestens dann auf, wenn Politiker und Entscheidungsträger in der Lage sind und willens sind, sich in solche Prozesse selbst auf gleicher Augenhöhe einbinden zu lassen. Das entbindet sie nicht von der Pflicht, selbst Entscheidungen zu treffen und auch diesen passiven Teil zu bedienen und zu sagen, ich muss das halt entscheiden, weil es meine Aufgabe als Mandatsträger ist, das entbindet sie nicht. Es muss aber diese Möglichkeit geben und es muss auch der Wille da sein. Und das versprechen die Piraten und das können wir auch machen. Wir unterhalten uns jetzt hier schon etwas über eine Stunde. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen, die ich gerne stellen möchte, in der Hoffnung, dass die Antworten wieder so tendenziell so ein bisschen kürzer ausfallen. Der Politiker an und für sich spricht ja gern lang, aber also die zwei Fragen noch und dann würde ich sagen, wenn dann Anmerkungen und Fragen aus dem Publikum sind, hier sind nämlich viele Mücken, dann können die auch gern gestellt werden. Da kann also gerne schon mal drüber nachgedacht werden. Frage Nummer eins. Der Berliner Landesverband der Piraten gilt gemeinhin als relativ links. Die Piraten haben in ihrer Vergangenheit schon das eine oder andere Problem mit Leuten gehabt, die eher weit rechts anzusiedeln sind. Gibt es die noch? Gibt es dieses Problem noch? Wie gehen Piraten mit Rechtsradikalen in ihren Reihen um? Kurz, verächtlich. Also auch im Rest des Bundesgebiets. Dieses Problem existiert noch und ich würde sagen, das ist die letzte Hürde, die wir nehmen müssen, um eine vernünftige Parteiorganisation zu wenden, nämlich in der Lage zu sein, Leute zeitnah rauszuschmeißen, wenn sie Blödsinn legen. Das ist ein schwerer Prozess, weil Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung so hohe Güter sind und die Strukturfeindlichkeit unter den Piraten sehr stark ausgeprägt ist und das ist auch gut so. Darf dieser Prozess schwer sein? Meiner Meinung nach sollte er jetzt endlich mal beendet werden und entsprechende Leute, die sich da immer noch öffentlich äußern dürfen, sollen bitte gehen. Es ist kein Problem mehr. Das ist so, was ich meine, wir haben auch zum Beispiel diese Diskussion, dass es eine selbsternannte AG-Männerrecht in der Piraten. Ich bin da ganz offen. Super. Da hat jetzt eine Rot verdreht die Augen. Ja, gibt es. Die tun auch so, als wären sie irgendwas in der Piratenpartei und das ist ein Problem bei uns in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber die haben nichts zu sagen. Die kommen nicht an gegen die 4.500 Leute, die im bundesweiten Liquid Feedback die programmatischen Beschlüsse begleiten und Empfehlungen abgeben. Die kommen da nicht an. Und du kannst da noch so laut sein und noch so viele furchtbare Flugblätter verbreiten und Wikiseiten vollschreiben, wenn es dazu geht, irgendwie programmatische Beschlüsse zu haben, sich wählen zu lassen und das umgesetzt werden. Dann haben wir es tatsächlich geschafft, dass diese Leute, diese extremen Gruppen und Positionen, zu denen wir nicht stehen können, nicht relevant sind. Das sind vielleicht immer noch diejenigen... Moment, aber also nicht relevante, aber immer noch Parteimitglieder oder nicht mehr Parteimitglieder? Parteimitglieder, ja, aber du kannst halt sehen... Okay, schönes Beispiel, weil wir jetzt gerade beim Liquid Feedback waren. Du diskutierst auf einer Meldingliste über ein kontroverses Thema. Ist jetzt eine leicht so zu interpretierende Äußerung, also verfassungsfeindlich oder strafrechtlich zu interpretierende Äußerung über den Holocaust Meinungsfreiheit oder ist es verfolgungswert? Ganz kontroverses Thema, passt ja auch zu dem Beispiel auf einer Meldingliste. Meldet sich jemand und sagt, das ist furchtbar, das geht nicht, das können wir nicht machen und so weiter und so fort, triggert sofort denjenigen, der genau die gegenteilige Position hat und du kannst diesen Prozess begleiten und kannst ihn über Jahre dir einfach angucken, diesen Meldinglisten-Strap und du hast den Eindruck, dass es 50-50 steht. Dass die extremen Positionen, die da drin formuliert werden, halt wirklich ein Gewicht haben. Was wir jetzt erlebt haben in unserer Parteiorganisation und der Struktur, die wir gerade mit diesem Liquid Democracy-Gedanken implementiert haben, ist, dass diese Positionen sich, wenn man sie wirklich nachvollziehbar, nachzählbar macht und vertrauenswürdige Ergebnisse in zum Beispiel Abstimmungen oder Meinungsbildern liefert, dass die kein Gewicht haben. Und das kannst du nachlesen, jeder kann sich online darüber informieren und überhaupt in dieses komische System gehen, das findet man unter lkfb.piratenpartei.de, kann man auch googeln und dann einfach mal Suchbegriffe eingeben. So Dinge, die einen interessieren, die vielleicht kontrovers sind, so Männerpolitik oder sowas. Das wird man ganz schnell sehen und das kann man auch in den nächsten Monaten live verfolgen und in den Jahren, wie die Mehrheiten oder wie gut das wirklich ankommt in der Piratenpartei. Und das, was ich jetzt formuliert habe, dass sie kein Gewicht haben, obwohl sie Parteimitglieder sind, wie gesagt, das müssen wir noch hinkriegen, wenn es um strafrechtlich relevante Äußerungen geht. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Das ist mein Eindruck und den kann ich auch belegen, indem ich zum Beispiel Online-Abstimmungen, die Positionen, die formuliert werden in diese Richtung Nazi oder Holocaust-Leugnung oder zwielichtige Aussage dahin, wären Meinungsfreiheit, man dürfe das doch sagen, die werden dort in diesem System erst entweder nicht auftauchen oder aber keine Relevanz haben. Das heißt, nicht mal in die Diskussionsphase kommen. Das ist tatsächlich etwas, was ich empirisch so sehe in der jetzigen Piratenpartei. Also ich höre da jetzt raus, dass es durchaus noch Leute gibt, die man als Nazis oder rechtsextrem bezeichnen könnte, unter den Liedern der Piraten gibt und das auch noch eine Weile so bleiben wird. Ist das richtig? Also Nazis haben wir nicht in der Partei. Ich rede von den, wie sagt man so schön, es sind Ausreißer, Ausreißer würde ich jetzt nicht sagen. Doch, das sind Ausreißer. Also das sind Ausreißer und das versuche ich auch gerade zu belegen. Das sind Ausreißer. Das sind Menschen, die aus irgendeinem Grund eine Gelegenheit nutzen, um besonders laut zu sein, hauptsächlich online. Das kommt dann auch nur in die Medien an, wenn gerade die Medien mal auf eine Mailingliste gucken oder sich jemand dann eben, wir haben es gelesen, bei tagesschau.de dann darüber erschaffiert. Deshalb kommt das dann genau an. Das Problem, das wir immer noch haben, ist, diese Leute loszuwerden, also uns transparente, vernünftige Prozesse zu starten, wie man dann auch sowas, ich meine, die SPD hat es auch nicht geschafft, Sarrazin rauszuschmeißen. Andere Parteien haben echt auch Probleme damit. Nazis, im Sinne von, ich gehe am 19. Februar auf die Straße und setze mich da hin und demonstriere, was ich tue, haben wir nicht in der Partei. Das wäre mir neu. Wäre mir tatsächlich neu. Wir werden da ein Auge drauf behalten. Zweite Frage, jetzt vielleicht wieder an Gero Neugebauer, aber auch an alle anderen, die das gerne beantworten wollen, was so ein bisschen als massiver Stolperstein für die Grünen, auch für die Alt-68er gesehen wird, in ihrem Versuch, das System zu verändern und die Welt zu revolutionieren, wird gemeinhin unter der Überschrift Marsch durch die Institutionen gefasst. Bei den Piraten höre ich jetzt bei, zum Beispiel Begriffen wie Professionalisieren oder wir wollen keine Frontalopposition, so ein bisschen sowas raus wie den gezielten Marsch durch die Institutionen. Kann das gut gehen? Ja, das kann gut gehen. Das kann deshalb gut gehen, weil die Institutionen, es gibt zurzeit einen ziemlich großen Institutionszweifel. Wir haben seit 1980, können wir feststellen, dass das, was sozusagen Interessen der etablierten Politik und Politiker in Übereinstimmung mit den Interessen der Bürger nicht mehr so hinhaut, dass dieser Vertretungsanspruch durchgesetzt wird, wenn eine Partei sagt, wir verbinden mit unserem politischen Inhalt auch neue Partizipationsformen und wir verändern dadurch auch die Institutionen, kann das durchaus gehen, aber sie müssen Verbündete finden. Und es gibt Leute in anderen Parteien, die aus Frust über die gegenwärtige Situation ihrer Partei sagen, suche ich mal nach Verbündeten und das kann man finden. Das passiert natürlich wesentlich besser in sozialen Bewegungen als in Parteien, aber gut, die Piraten sind ja im Parlament, da müssen sie mal die Auseinandersetzungen aufnehmen und das beginnt ganz klein damit, dass man so weit anfängt, aber ich würde schon sagen, kann passieren, müsste auch passieren, um einen Teil der Politikverdrossenheit zu beseitigen. Also ich glaube, dass der Marsch durch die Institutionen, den die Grünen mal begonnen haben, obwohl der Satz ja noch älter ist als die Grünen und die Gründung der Grünen ja eigentlich schon ein wichtiger Schritt auf dem Marsch war, dass er ja nicht so erfolglos gewesen ist, wie gemeinhin getan wird, sondern er war ja auch in vieler Hinsicht erfolgreich, wenn ich mich daran erinnere, was es in den 70er Jahren noch für Gesetze gab, unter denen man groß geworden ist und wie die Gesetzgebung, was Lebensweisen und ähnliche Dinge betrifft, heute ist, dann muss man sagen, da hat sich viel geändert, was auch mit diesem Marsch durch die Institutionen zu tun hat, was man allein auch daran erkennen kann, dass in diesen Institutionen ja teilweise ganz andere Leute sitzen, andere Verhaltensweisen vorherrschen, als noch aus der von der Nazi-Bürokratie mitgeprägten obrigkeitsstaatlichen Traditionen der 60er und 70er Jahre. Also ich will das nicht, ich würde dann mit dem Satz nicht so abschätzig umgehen, wie ich das eben so rausgehört habe und ich glaube, es gibt noch einen zweiten wichtigen Unterschied, der was mit dem zu tun hat, was ich anfänglich gesagt habe, als die Grünen anfingen und auch sowas wie Basisdemokratie gesetzt haben und halt Rotationsprinzip, was sie ja immerhin sechs Jahre durchgehalten haben, alle zwei Jahre ihre Abgeordneten im Bundestag auszutauschen. Da gab es noch so ein Institut wie Basisversammlungen und Pläner, da ist man hingegangen und das war total anstrengend, weil man ging auf eine soziale Situation, gewonnen haben immer die, die am besten reden konnten, in der Regel Männer und Frauen mussten sich das erkämpfen. Es gab eine große schweigende Gruppe auf diesen Veranstaltungen, die nie was gesagt haben, die nie zu Wort gekommen sind, die sich sozusagen irgendwo dann zugeordnet haben und dann zu Hause geblieben sind. Ich glaube, dass das, was wir heute an Kommunikationstechniken haben und Möglichkeiten, wenn man das intelligent einsetzt und gestaltet, dass man dann in der Tat es schaffen kann, erstens auch Leute an solchen Prozessen zu beteiligen, ohne dass sie sich auf solche Basisversammlungen begeben müssen mit dem ganzen sozialen Druck und so weiter, der darum entstehen kann, also dass Demokratie, Beteiligung einfacher wird, aber auch gezielter und orientierter ausgeübt werden kann, wenn man es intelligent anfängt und dass man zweitens auch viel mehr von dem, was in den Institutionen passiert, nach außen tragen kann und öffentlich machen kann. Also Institutionen auch so ein Stück weit halt, wenn man ein Bild gebrauchen will, so organisieren kann, dass sie eben in vielfacher Form bereits im Vorfeld der eigentlichen institutionellen Gebäude und Strukturen halt existieren und über Kommunikationstechnologien Bürger und Bürgerinnen daran beteiligt werden können. Also das, denke ich, sind immerhin Potenziale, die in der Technologie stecken und es käme darauf an, dass Parteien, die Demokratie wollen, diese technischen Potenziale positiv aufgreifen und versuchen zu nutzen. Dann kann man auch die Institutionen durch einen sozusagen digitalen Marsch durch die Institutionen verändern. Nur ein Halbsatz dazu, aber eben auch neue Verfahren wählen in der Demokratie, also die Diskussion und auch das Losverfahren oder Leute einfach Positionen auswürfeln, was zum Beispiel verhindert, hilft zu verhindern, dass sich Clans oder Klicken bilden, wenn es nie sicher sein kann, kriege ich nun dadurch, dass ich gezielte Eintritte, Mitglieder bewege in diesem Posten, solche Verfahren auch mal. Das könnte eine Lösung für unsere Personaldiskussion sein, das Losverfahren. Interessant, interessant. Genau, und jetzt werden wir auch partizipativer, jetzt sind die zwei Fragen zumindest mal angerissen und meine Frage geht jetzt ins Publikum, ob es Kommentare zu den bisher Gesagten gibt oder Fragen, die wir noch nicht gestellt haben. und irgendjemand müsste jetzt mal ein Mikro tragen. Ja, zwei Fragen. Ich hätte gern gewusst, was haben Sie vorher gewählt, bevor die Piratenpartei sich etabliert hat und die zweite Frage ist die, denken Sie vielleicht nicht auch mit den Äußerungen, die Sie gemacht haben, dass Sie relativ nah bei den linken Themen ja sind, wie Sie selber bestätigt haben, dass Sie durch die Gründung der Piratenpartei die Linken geschwächt haben. Ja, also ich muss dann zugeben, soweit ich mich erinnern kann, habe ich sehr oft grün gewählt. Ich muss dazu sagen, am Anfang ich überlege gerade, ob ich dann tatsächlich, ich habe mal überlegt, da habe ich noch in Brandenburg gewohnt, SPD zu wählen, aus dem Grund, ich habe persönliche Kontakte zu Matthias Platzeck über die Vergangenheit meiner Eltern gehabt, später zum Flugschaden, Kurt Masur und solche, bin dann aber krass enttäuscht worden von diesem Menschen, diesem Opportunisten. Deswegen habe ich gerade überlegt, ich habe meistens Grün gewählt, ich habe auch, glaube ich, einmal die Linkspartei gewählt und ja, wir schwächen die Linkspartei damit und das ist aber auch gut so, denn die Linkspartei, da fühle ich mich, ich bin mit 14, habe ich angefangen, Anti-Nazi-Demos in Brandenburg in Halbe zu organisieren, ich bin ganz aktiver linker Hochschulpolitiker gewesen, vier Jahre lang, ich habe mich nie vertreten gefühlt von dieser Partei. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal die Muße gehabt hätte, mich da wirklich mit einzufinden in die Strukturen und so, dann kann ich mir das vielleicht vorstellen, weil der linke Gedanke ist auch bei mir ziemlich, also der soziale Gedanke, möchte ich mal vielleicht nennen, ist bei mir sehr ausgeprägt, aber ich habe nie die Muße gehabt und nie das attraktiv gefunden. Vielleicht hilft ja die Piratenpartei den Linken ein bisschen dabei, dass für Leute wie mich das dann auch, also nicht mehr ich jetzt, aber Leute, die dann nachkommen, die sich dann da vielleicht mehr bestätigt fühlen in ihren linken Positionen. Also die Piraten sind ja nicht gegründet worden, um die Linken schwach zu machen und insofern, ja, es wäre ja was anderes, wenn es eine Parteigründung mit dem erklärten Ziel gewesen wäre, dann müsste man da anders mit umgehen und ich glaube einfach, dass die Piraten, oder ich sage es mal andersherum, ich bin in gewisser Weise durchaus erfreut, dass es die Piraten gibt, weil damit Themen auf die politische Agenda kommen, die wichtige Themen sind, was auch linke Themen sind, die nicht unbedingt von der Partei Die Linke vertreten werden, aber was linke Themen sind und wenn man sich anguckt, wie in anderen großen Städten in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren sich Unzufriedenheit im Wahlverhalten ausgedrückt hat mit der etablierten Politik, also Stichwort Hamburg, Schildpartei oder andere Dinge, dann können wir eigentlich darüber froh sein, dass es in Berlin irgendwie so etwas gibt für die Piratenpartei, weil die nun irgendwie gerade für Werte steht, die sehr demokratisch sind und nicht so tendenziell rechtspopulistisch undemokratisch, also insofern fühle ich, sehe ich mich als Vertreter der Linken auch nicht jetzt in meiner Existenz durch die Piraten bedroht, sondern bin eigentlich eher froh darüber, dass es sie gibt. Ich weiß, dass da eine Wortmeldung ist, ich würde da gerne kurz nachhaken, dann hat sich da drüben noch jemand gemeldet, aber da ist vorher noch jemand dran, ich habe es gesehen. Die Piraten sind nicht gegründet worden, um die Linke zu schwächen, es hat aber kurz vor der Wahl, ich würde sagen, so etwa zwei Wochen vor der Wahl in Berlin jemand aus dem linken Kontext getwittert und das fand ich nicht falsch, der sagte, seit die Presse gemerkt hat, dass sie durch das Hochschreiben der Piraten die Linke aus der Regierung kegeln kann, gibt es kein Halten mehr. Medienschelte bei der Linken sollte man glaube ich vorsichtig betreiben, aber trotzdem würde mich doch die Einschätzung dazu interessieren. Also, dass die Berliner Medien von zehn Jahren rot-rot genug hatten, wusste man schon, konnte man schon seit Anfang des Jahres feststellen, weil also hat Senatoren von uns mit Dingen, mit denen sie vorher noch in den Medien kamen, nicht mehr in die Medien gekommen sind und sich die ganze Berichterstattung verändert hat, weil die Medien davon bestimmt waren, dass Renate Künast ob sie Klaus Burwereit schlagen kann und da kamen wir als gar nicht mehr vor und die ganze Grundstimmung ging eigentlich in Richtung es wird einen Wechsel geben, es wird rot-grün geben und die Frage ist, wird es vielleicht grün-rot? Das war das, was von den Medien kommuniziert worden ist und dann ist richtig, irgendwann haben sie gemerkt, plötzlich die Piraten kommen rein, die Berliner Zeitung hat ihre Veranstaltungsreihe noch um einen Termin mit den Piraten verlängert und es wurde entsprechend geschrieben und es war auch klar, wenn die Piraten es schaffen, wird es auf jeden Fall für Rot-Rot nicht mehr reichen. Und inwieweit es herbeigeschrieben worden ist bewusst, ist denn so eine Sache, da kann man viel darüber spekulieren. Ich gehöre nicht zu denen, die darüber spekulieren, sondern ich sage, das folgt gewissen Gesetzen der Medienökonomie und der medialen Aufmerksamkeitslogik, weil die müssen ja immer auch irgendwie spannend sein und ihren Lesern was bieten und die Nachricht, dass die Piraten da was bewirken, war irgendwann die neue Nachricht und die wurde entsprechend in den Medien transportiert und gehypt, nur sodass die Piraten erfolgreich sind, dafür konnten sie ja nichts. Also ich meine, das kann man in dem, dafür konnten sie was, aber das kann man ihnen ja nicht vorwerfen. Und mit den Gesetzen der Medienökonomie leben wir alle. Wir als Linke haben es erlebt, also dass wir eben wie 2005, 2009 in den Medien immer relativ gut behandelt worden sind und es eben die spannende Frage war, kommen wir rein 2005 und deshalb wurde viel über uns berichtet, ähnlich wie jetzt über die Piraten und 2009 war eine ähnliche Situation, wie schneiden wir im Verhältnis zur SPD ab. Sind wir gut bei weggekommen, diesmal nicht, so ist das halt. Also kurz vorgestellt, ich bin Thomas Lohmeier und auch Redakteur der Zeitschrift Prager Frühling, wir haben uns auch schon mal hin und wieder zuvor mit den Beraten auch beschäftigt. Mir geht es irgendwie noch um einen Aspekt, oder um zwei Aspekte. Ein Aspekt, der glaube ich ein bisschen zu kurz gekommen ist und das war in meiner Analyse das utopische Moment. Also mir ist bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus sehr stark aufgefallen, dass im Prinzip von allen Parteien ein sehr realistisches Politikparadigma betrieben worden sind. Natürlich insbesondere auch von der Linken, zehn Jahre Regierung, aber eigentlich von der Partei, von der man erwartet, dass sie ein bisschen mehr Überschießendes hat, was sozusagen politische Vorstellung von der Gesellschaft, politische Veränderbarkeit von der Gesellschaft betrifft und die Beraten haben, das erfüllt beispielsweise mit so doch eigentlich sehr realpolitischen Themen, wie zum Beispiel kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Und ich glaube, dass sie da auch ein ganz wichtiges Moment getroffen haben, also ich selbst, der sozusagen auch im Umfeld der Linkspartei sozusagen kreise und der relativ viele Bekannte und Freunde hat, die eigentlich Kernzielgruppe, dass Piraten sind, also nicht, weil sie männlich sind, sondern weil sie in einem entsprechenden Alter sind und weil sie halt eben teilweise prekär sind, entweder Solo-selbstständig oder Transferleistungsbeziehende sind und so weiter. Ich glaube, in meinem Freundeskreis und in meiner Agentur oder so ist ungefähr die Wahlquote der Partei, die sonst eigentlich immer Linkspartei gewählt haben, ungefähr bei 90 Prozent und das sagt halt eben auch was aus und die haben mit Sicherheit auch von diesem, ich sag das mal, utopischen Moment auf jeden Fall sich auf jeden Fall sehr angesprochen. Und der zweite Punkt ist eigentlich der, und da würde ich eigentlich glaube ich eher ein Metathema sehen, vielleicht kann da Horst Kahrs oder Gero Neugebauer noch was zu sagen, ich sehe so ein bisschen was, was ich sagen würde, es gibt so einen Trend zu einer postsozialdemokratischen Gerechtigkeitsvorstellung bei vielen Leuten, die beispielsweise, das drückt sich möglicherweise auch in den Erfolgen der Grünen aus, nicht aktuell, aber sozusagen über die Jahrzehnte, die im Prinzip diese alte, auch linke, nicht nur rechte, auch linke Vorstellung, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen sozusagen wirklich satt haben und die im Prinzip mittlerweile auch, das drückt sich dann auch aus in der Befürwortung von Grundsicherung oder Grundeinkommen, die diese Idee teilen, zu sagen, es müssen materielle Rechte da sein und die auch die Idee teilen, dass wenn man etwas arbeitet, etwas für alle produziert, können auch andere das nutzen. Das geht natürlich in der Softwareproduktion beispielsweise, in der Wissensproduktion besonders einfach, weil der Gegenstand, der da produziert wird, nicht weg ist, wenn ihn jemand anders auch nutzt. Das ist vielleicht bei anderen Gütern, materiellen Gütern, die man herstellt, ein bisschen schwieriger, aber diese Idee zieht sich halt eben auch durch das Programm der Piraten. Das zeigt sich bei der Bildung und bei der Wissensproduktion und geht eben weiter bis zu Ideen vom Grundeinkommen, die dort ja sozusagen über keine anderen Partei im Prinzip zumindest breit diskutiert oder vielleicht sogar mehrheitlich gewollt werden. Bei der Linken ist dieses Thema extrem kritisch und da muss man wirklich fragen, ob es eigentlich so einen gesellschaftlichen Megatrend gibt, also insbesondere auf der linken Hälfte der sozialen Milieus hin zu einem Paradigmenwechsel, was eigentlich Gerechtigkeit meint. Also zugespitzt formuliert, wenn man es auf Marx bezieht, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, das ist ja ja im Prinzip genau die Auflösung der alten Idee, Arbeit schafft Eigentum, das was Lafontaine ja eigentlich auch nochmal ganz groß, nochmal stark macht in der letzten Zeit in der linken Programmdebatte und diesen Punkt wollte ich auch noch hinweisen. Also zu dem letzten Punkt kann ich nur sagen, ja, ich glaube, das gehört ja so ein bisschen mit zu meinen Beschreibungen, warum die Piraten in bestimmten Wählerschichten so erfolgreich gewesen sind und wir eher nicht, weil es da genau aufgrund von veränderter Lebensweise und ähnlichen damit zusammenhängend auch Einstellungen und ein anderes Verhältnis zur Arbeit genau diesem Wandel in der Vorstellung von Sozialstaat, was sind notwendige Gemeingüter, wie kann man da, also wie werden sie einem zuteil und so, welche Rolle spielt da Arbeit, weil es genau diese Debatten gibt und weil sich da auch in der Gesellschaft etwas verändert. Das ist ein Prozess, der ist nicht eindeutig, sondern, oder er ist insofern eindeutig, als er getragen wird von bestimmten sozialen Gruppen, Milieus, Schichten. Meinetwegen, also um es etwas zugespitzt zu sagen, er wird getragen von den ungefähr ein Millionen Beschäftigten, die der berühmte Kreativsektor hat, aber der wird nicht getragen von den 800.000 Beschäftigten, die der Automobilsektor noch hat und so könnte man das im Grunde genommen fortsetzen, diese Debatte und ich glaube, das ist so, dass keine, das ist meine These, dass keine existierende Partei, die unter diesem Bildung des alten Gerechtigkeitsbegriffs groß geworden ist, in der Lage ist, diesen Prozess in eine oder andere Richtung aufzulösen. Die existierenden Parteien werden den immer irgendwo aushandeln müssen und Kompromisse finden müssen, weil sie sonst alte Wählerschichten verlieren werden. Deshalb ein notwendiger Schritt in so einem Prozess sich verändernder Gerechtigkeitsvorstellungen, dass es dafür eine eigene Partei gibt. gedenklich kann man die gegenwärtige Situation interpretieren, wie das in fünf oder sechs Jahren sein wird, ist eine andere Frage. Und was die erste Frage betrifft, ja, also ich habe das in meiner Wahlanalyse mit Benny Hoff auch geschrieben, also der Wahlkampf in Berlin war eigentlich ziemlich langweilig, es gab keine Partei, die irgendeine Idee hatte für die Stadt, was man mit Berlin machen könnte, was ein Entwicklungsziel der Stadt sein könnte oder ähnliches, was man unter Utopie fassen könnte, sondern alle haben so einen Wahlkampf, Moment, alle haben einen Wahlkampf gemacht der Parteien, die im Abgeordnetenhaus waren, der darauf hinaus lief, dass man hier und da ein besseres fachliches Konzept eigentlich hatte für die und die Probleme und dann kamen irgendwann die Piraten und das sprach sich herum, das ist eine Partei, die will eigentlich irgendwie frischen Wind da reinbringen, die hat nochmal Vorstellungen alles einzumachen, die hat auch ein paar Ideen, die eigentlich auf der Straße liegen, die man sich als Linker nur nicht mehr traut, also ich meine diese Geschichte mit dem kostenlosen Nahverkehr ist eine alte linke Forderung, ich war selber noch auf Demonstrationen in den 70er Jahren für den Nulltarif und irgendwann ist diese Forderung den Linken abhandengekommen und real politisch wegsozialisiert worden und ja es ist gerade zu lustig es ist eigentlich traurig dass eine Idee fahrscheinlos bitte ich muss das nochmal es ist ja nicht es kostet doch trotzdem Leute aber dass eine Idee wie der fahrscheinlöse ÖPNV das ungefähr so spannend ist wie öffentlich-rechtliches Fernsehen heutzutage als Utopie gilt also die FDP hat das mal gefordert in Berlin wisst ihr das also Anfang der 80er Jahre das ist halt das ist nicht neu dass man sowas heutzutage als Utopie bezeichnet das spricht nicht unbedingt für gegenwärtige politische Verhältnisse also ich sehe das ganz genauso wie du es beschrieben hast es sind halt Stellschrauben der Motor der rattert und rüttelt und kommt nicht mehr voran und es wird an der Stellschraube gedreht statt mal einen neuen Motor einzubauen also das ist das ist so das Thema das passt schon ziemlich gut ich muss dem was Thomas gesagt hat auch zustimmen die Schwierigkeit des Umgangs mit dem Gerechtigkeitsbegriff zeigt sich einerseits darin dass manche Leute meinen man könnte ihn durch Fairness ersetzen während andere anfangen zu differenzieren und zwar jetzt nicht sozusagen nach Teilgerechtigkeiten wie Chancengerechtigkeit Geschlechtergerechtigkeit sondern die sagen Gerechtigkeit stellt sich in den Politikfeldern sehr unterschiedlich Familienpolitik muss mit einem anderen Gerechtigkeitsbegriff operieren als Bildungspolitik oder Sozialpolitik und da gibt es allerdings noch genügend Kontroversen und ich denke mir das könnte wenn man rauf guckt es gibt zwei Parteien in Berlin die wegen des hohen Werts sozialer Gerechtigkeit gewählt werden Sozialdemokratie und Linke aber wenn man sie dann sieht wie sich konkret in manchen Feldern begegnen wo da unterschiedliche Vorstellungen verknüpft werden ja dann denke ich dass dies vielleicht auch ein Opfer der Vielfalt wird also den Gerechtigkeitsbegriff den gibt es mit Sicherheit nicht die Schwierigkeit ist auch keine Partei zu gründen die dann sagt wir vertreten das Konzept der Gerechtigkeit das konnte man glaube ich früher noch als der Kapital Arbeit Konflikt dominierend war und sich auch politisch organisieren ließ dafür sehe ich im Moment kaum Chancen und jetzt noch die Wortmeldung dort ich habe mir vorhin so überlegt wie ist das wenn man ein Wahlprogramm hier ein Wahlprogramm aufstellt wie macht wie wird das überlegt wie das bei den Piraten sein soll unter diesen Gesichtspunkten wie werdet ihr die Themen reinnehmen in dieses Wahlprogramm also damit will ich schließen Dankeschön ja das ist natürlich nicht so einfach es gibt halt kein Gremium was sagt so jetzt machen wir ein Programm was aber passiert ist weil wir versuchen halt immer Freiräume zu schaffen wo wir auch nicht vorgeben was da entstehen soll organisatorische finanzielle zeitliche Freiräume und was hat passiert ich glaube das Beispiel was ich bringen kann passt ganz gut bei unserer Wahlparty also war ein Freudentaube mich an der Bar zwischen irgendwie 100.000 Interviews mit einem Rollstuhlfahrer unterhalten und der sagte ich finde euch toll ich finde euch super aber Behindertenpolitik könnt ihr nicht totale Scheiße finde ich blöd tut uns leid wir sind halt so gut wie irgendwie die Mitglieder was machen können wir haben leider nicht viele Rollstuhlfahrer in der Partei so ein paar haben wir aber in Berlin halt leider nicht hat er so ja deswegen habe ich beschlossen bei euch einzutreten wir machen das jetzt ich mache das für euch ich habe Ahnung ich will mich da einbringen und ich sehe dass ich das bei euch tun kann ich habe jetzt schon mich mit drei Leuten auf dieser Party unterhalten und die machen mit die finden das gut treffen uns jetzt nächste Woche das erste Mal und wir müssen natürlich den Prozess aus diesen ersten Treffen und aus den Ideen dann hin zu einem Parteitagsbeschluss den müssen wir natürlich irgendwie modellieren so dass der offen ist und dass die Leute da immer daran teilnehmen das ist schwierig aber das geht offensichtlich in der Piratenpartei und den letzten nicht letzte Woche Montag habe ich ihn zufällig wieder getroffen und er meint so ja super ich bin noch nicht mal Mitglied wir haben gerade Mitgliederschwemme wir arbeiten die nicht schnell genug ab dass sie dass sie dann rechtzeitig irgendwie Parteimitgliedschaft haben ich bin noch nicht mal Mitglied aber wir haben schon einen Text geschrieben das steht schon bei euch im Wiki wir werden jetzt gucken dass wir das bei der nächsten Landesmitgliederversammlung einbringen und funktioniert funktioniert offensichtlich finde ich großartig finde ich ein tolles Geschenk ich habe mich wahnsinnig gefreut dass ich das gehört habe von dem Mann bei der Wahlparty mehr noch als über das Wahlergebnis vielen Dank erscheinen erscheinen möchte dann wäre jetzt gleich der Moment das zu sagen ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken bei der Stiftung für Idee und Organisation bei der Technik für das Handling bei den dreien auf dem Panel hier am Tisch für die Beiträge und wünsche dann hiermit einen angenehmen weiteren Abend